Geschichte 9 Das Geheimnis des verzauberten Waldes Es war einmal ein kleines Mädchen namens Emily, das in einem kleinen Dorf am Rande eines dichten Waldes lebte. Jede Nacht, wenn sie ins Bett ging, lauschte sie den Geschichten ihrer Großmutter über den verborgenen Zauberwald, der angeblich tief im Herzen des Waldes existierte. Emily war von diesen Erzählungen fasziniert und träumte davon, den geheimnisvollen Zauberwald mit eigenen Augen zu sehen. Eines Abends, als der Vollmond hoch am Himmel stand und der Wald in mystisches Licht getaucht war, konnte Emily nicht widerstehen. Sie schlüpfte leise aus ihrem Bett und zog sich warm an. Mit einer Taschenlampe und einem kleinen Rucksack machte sie sich auf den Weg in den Wald, um das Geheimnis des Zauberwaldes zu lüften. Emily wanderte mutig durch das Dickicht, gefolgt von den leisen Geräuschen der Natur um sie herum. Sie folgte einem schmalen Pfad, der tiefer in den Wald führte, und spürte, wie die Luft immer magischer wurde. Nach einer Weile erreichte sie eine Lichtung, auf der ein glitzernder Fluss floss. Entlang des Flusses folgte Emily seinem Verlauf und stieß plötzlich auf einen versteckten Wasserfall. Der Wasserfall war jedoch kein gewöhnlicher Wasserfall. Es war ein magischer Wasserfall, der den Eingang zum Zauberwald verbarg. Voller Aufregung trat Emily durch den sprudelnden Vorhang des Wassers und betrat eine Welt voller Wunder. Der Zauberwald war ein Ort voller leuchtender Pflanzen, geheimnisvoller Kreaturen und magischer Wesen. Emily entdeckte kleine Feen, die in den Baumkronen tanzten, und sprechende Tiere, die ihr von vergessenen Märchen erzählten. Überall lag ein Hauch von Zauberei und Abenteuer in der Luft. Während ihrer Erkundungen im Zauberwald stieß Emily auf eine Gruppe von Elfen, die von einer großen Aufgabe erzählten. Der mächtige Zauberer, der über den Wald wachte, war krank geworden und nur ein besonderer Kristall konnte ihn heilen. Emily spürte den Mut in sich aufsteigen und erklärte sich bereit, den Kristall zu finden und den Zauberer zu retten. Gemeinsam mit den Elfen begab sich Emily auf eine gefährliche Reise durch den Wald. Sie überwand knifflige Rätsel, löste magische Rätsel und überstand mutig Prüfungen, die sie ihrer Stärke und ihrem Einfallsreichtum herausforderten. Ihr Weg führte sie durch dichte Nebelwälder, über schwindelerregende Brücken und durchfunkelnde Höhlen. Schließlich erreichte Emily das Herz des Zauberwaldes, wo der wundersame Kristall verborgen war. Mit zitternden Händen nahm sie den Kristall und fühlte die Energie, die von ihm ausging. Zurück bei dem kranken Zauberer setzte sie den Kristall behutsam in seinen Besitz und spürte, wie die Magie des Waldes wieder erwachte. Der Zauberer erwachte aus seinem Schlummer und bedankte sich bei Emily für ihre Tapferkeit und Hilfsbereitschaft. Als Belohnung gab er ihr eine Kette, auf der ein funkelnder Edelstein thronte. Der Edelstein hatte die Kraft, Emily in den Zauberwald zurückzubringen, wann immer sie es wünschte. Nach all den Abenteuern und der Aufregung kehrte Emily schließlich zu ihrem Bett zurück und legte sich zur Ruhe. Sie war erschöpft, aber erfüllt von Glück und Stolz. Emily wusste, dass sie das Geheimnis des Zauberwaldes gelüftet hatte und dass sie eine wahre Heldin war. Mit einem Lächeln auf den Lippen und dem magischen Edelstein um den Hals schlief Emily ein und träumte von den fantastischen Abenteuern, die sie im Zauberwald erleben würde. Gute Nacht, meine lieben Kinder, und mögen eure Träume euch in magische Welten entführen, in denen ihr eure eigenen Geheimnisse lüften könnt. Träumt süß und lasst eure Fantasie euch auf wunderbare Reisen mitnehmen.